Musik 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 Verliert dabei, das Auto ist auf mir, ich glaube, das ist ein Platz holen. Nein, es ist nicht. Okay, Kaste, ohne Kürt, die 675. Okay, komplett ohne Hintergrund. Da sieht es natürlich schlechter aus mit dem Boot. Das ist heute eben noch spannend. So, und 375 ist wieder. Boot sieht aus für den Antrieb und seine vollgepassten BMW. So, was macht die Nachführung? Kaste, ohne Steckstiebe. Jetzt weiß ich gar nicht, wer der neue Führer ist. Doch, Carsten Krone ist wieder in die Gange. Wir brauchen dann einmal eine rote Flagge. Renn am Bruch. Weil die 675 mit dem Fahrrad für den Warten zu stehen. Zwei Runde aufgestanden, der Polenstraße. Der Krone flogen. So, und die 333 schmeißen mit rechts. Das ist natürlich bei den Ecke-Triebsenfahrzeugen so. Echthalt, der wir beim Gange essen. Die Laufstabby drauf. Kaste, der Doppelstraße. Auf dem Fahrrad fertig. Die 435 mit dem Fahrrad. Grey Riester ist ein bisschen steher gebaut. Auf dem Gange rauf. Und gar nicht auf dem Fahrrad. Vorne bleibt dabei. Gleich 675 Rote. Vorkasse, ohne. Dann stecken wir an Hube.